Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BAU.TV, euer Magazin rund um das Thema des Neubaus von Solamento. Wir sind hier in unseren heiligen Hallen und so langsam kann man schon ein bisschen mehr Büroatmosphäre hier erkennen. Wir sind in der oberen Etage, die Zwischendecken sind eingebaut, das heißt Beleuchtungsthemen sind verbaut worden, jede Menge leuchten. Ich habe keine Ahnung wie viele sind an die 100, würde ich jetzt mal behaupten, mindestens. Ja und dann hier solche Kisten, diese sogenannten Revisionsklappen, damit die Mädels auch ein vernünftiges WLAN bekommen. Weil ohne dem wir jetzt hier nicht gehen, wir kriegen auch eine wunderbare neue Telefonanlage, die sozusagen die Anrufe digital per WLAN weiterleitet. Dafür muss man sogenannte Router haben, die die Anrufe weiterleiten, wenn man hier mal beispielsweise durchs Bürogebäude vom zweiten Stock bis hinunter. Und dann mal gucken, so sieht das aus, bei mir im Büro, aber demnächst kommt natürlich hier eine Scheibe rein, der sozusagen die Anrufe weiterleitet. Ja und hier eine bravouröse Meisterleistung von Handwerkerarbeit, das heißt, wenn man von außen bohrt, bohrt man durch. Durch meinen Sichtbeton sieht aus, als wenn hier einer mit einem MG geschossen hätte, was natürlich nicht so schön ist. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag, viele Grüße aus dem Neubau, macht's gut, bis dann, euer Dascher. Tschüss.